Herzlich Willkommen bei Chef in der Woods. Schön seid ihr diese Woche wieder dabei. Heute, wir sind mitten in der Datschhoffensässer, Freunde. Das heißt, es gibt Rouladen und zwar nicht nur für den Mund, sondern auch für die Augen. Wir machen die ein bisschen schön. Was wir dazu brauchen, wie das am Ende aussieht und schmeckt, Freunde, das seht ihr jetzt. Bleibt dran. Wir haben hier für Rouladen sechs wunderschöne Schnitzel aus der Oberschale ausgelöst. Dann, wir benötigen dafür Bacon und zwar nehmen wir 18 Stück. Dann habe ich hier zwei Karotten, das weiße vom Lauch, ich habe knapp ein Viertel Sellerie, drei Tomaten, zwei rote Zwiebeln. Des Weiteren brauchen wir 800 Milliliter Kalbsfond. Wir brauchen Senf. Leute, Senf, nehmt was ihr wollt. Mir schmeckt der sehr gut, darum nehme ich den. Wir brauchen einen Rotwein, um das Ganze abzulöschen, Essiggurken für die Füllung und Spieße, um das Ganze zusammenzustecken. Wir starten. Ja, Freunde, Zwiebeln, einfach dünne Streifen. Die letzten machen wir ganz schön zu kleinen Stangen. Davon brauchen wir, wir haben sechs Rouladen, also sechs Stück Karotte. Am Anfang, wir nehmen so viel weg, wie die Stäbe lang sind da. So, halbieren die einmal. Dann schneiden die in kleine Würfel. Je kleiner die sind, desto schneller geht es. Lauch machen wir da keinen mit in die Rouladen rein, aber in die Soße natürlich. Tomaten vierteln. Ebenfalls da mit rein. Wir nehmen hier ein bisschen Senf, streichen das schön hier drauf, legen hier pro Roulade drei Stückchen Bacon drauf, geben hier jeweils eine Karotte, ein Sellerie und eine Essiggurke da drauf. Und dann rollen wir das hier wirklich sehr eng. Wir geben Druck drauf und auch ein bisschen Zug ein. Perfekt, dann nehmen wir ein Holzspieß. Perfekt, Leute, ich mache das mit allen. Wir würzen die und werfen die direkt aufs Feuer, respektive in Datschhofen rein. Wir sehen uns. Olivenöl, Freunde. Ja, wir geben unsere schönen Rouladen da rein, braten die an. Und vielleicht, Leute, ist euch aufgefallen, ich koche hier mit Holz und nicht mit Kohl. Einfach ist schon geil, wenn man das auch so machen kann. Plus geht da ein bisschen vom Raucharoma mit an die Rouladen ran, was wirklich sehr ausgezeichnet ist. Ja, rundum schön angebraten, wir nehmen die raus, Gemüse wieder rein. Wir löschen mit Rotwein ab, Salz, Pfeffer dazu und auffüllen mit Kalbs vor. Lecker. Immer zuerst einen Schluck probieren. Man will ja wissen, mit was man kocht. Sehr gut, sehr, sehr gut, gefällt mir gut. Zwei Prisen Salz da rein und ebenfalls zwei gute Prisen Kirschpfeffer, Freunde. Rotwein ist ein bisschen einreduziert. Wir geben unsere Rouladen da wieder dazu. Auch der Bratsaft, denn das ist das Beste. Das ist der Geschmack. 800 Milliliter Kalbs vor mit dazugeben. Deckel drauf, wir legen auf den Deckel drauf, zwei glühende Holzschütte. Ja, Leute, was man dazu sagen muss, das Ganze funktioniert natürlich auch ausgezeichnet zu Hause in der Pfanne. Genau dasselbe Rezept, macht genau das Gleiche, nur gibt kein glühendes Holz auf den Deckel. Das ist noch ein guter Tipp dazu. Ja, lass das zwei Stunden, so wie ich das jetzt und dann sollten die nachher wunderschön einreduzierte Soße sein und das Fleisch sollte zart sein. Wir checken das einmal aus, kleines Update. Ah, jawohl. Ja, sieht man jetzt gerade nicht so viel. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut erkennen kann, aber es sieht fantastisch aus und vor allem, es riecht fantastisch. Ich denke, wir lassen die noch so für eine halbe Stunde drin, Endspurt, so quasi. Deckel schnell wieder drauf. Ja, Leute, wir sind soweit. Nach gut zwei Stunden und 15 Minuten ist es jetzt gegangen. Wir öffnen. Ja, wohl. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir schneiden den einfach mal auf. Klassischer Mittelschnitt hier. Haha, jawohl. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Wunderbares Farbspiel, sehr, sehr schön. Genauso wollte ich das haben. Gefällt mir gut, Leute. Wir kommen zum wichtigen Teil. Aussehen ist das eine, ja, aber schmecken die auch. Ein bisschen pusten, die könnten richtig heiß sein. Fühlen sich zumindest außenrum so an. Ja, auf euch. Mh, mh. Ja. Wirklich, wirklich heiß. Aber auch wirklich, wirklich lecker. Mh, ich weiß nicht mal, was ich da sagen soll, ne. Die Essiggurke kommt da so geil hervor. Die Karotte, die da mit drin ist und der Sellerie dazu. Richtig geil. Wirklich geil. Leute, lecker. Mh. In dem Sinne, das esse ich locker auf. Ihr schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen. Egal, was ihr da reinschreibt, ballert einfach voll. Wir müssen dem Algorithmus da mal so richtig nachstreten. Auf dieser Seite könnt ihr das Video liken. Auf dieser Seite, Freunde, könnt ihr den Kanal abonnieren. Da lasse ich euch die Dartshofen-Playlist. Auf der Seite findet ihr die Kalbskopf-Bäckchen mit Kartoffelstock. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods.